Der Erste, der jetzt so zu kommen darf, als Gründungsmitglied von Herrn Fischstedt ist, ist der Martin Amander. Der Martin Amander. Als zweites Gründungsmitglied wollen wir den Martin Brandl. Und wir haben noch einen Gründungsmitglied mit dem Familiennamen Daniel Settel, der jetzt wieder aufsteht, Josef Brandl, bitte. Ja, und die Tischdienstverteilung in Geimersheim ist auch eng in einem weiteren Gründungsmitglied nachlich verwirrend. Herr Kola-George, hier, bitte. Und auch heute anwesend ein altes Gründungsmitglied der Tischdienstverteilung, der Miliband Kegelmayr. Auch heute anwesend, bitte kommt die Frau Johann Nehr. So, das waren jetzt die Gründungsmitglieder. Und wir haben noch eine weitere Plakette vorbereitet, und zwar für die Durchführung des Jugendtrainings mit dem Franz Wagner-Bippiker.